Das Spiel Sunka ist eine Manschala-Variante, die von den Philippinen stammt. Sie wird außerdem überall dort auf der Welt gespielt, wo philippinische Migranten leben. Wie das eng verwandte Konkak war es traditionell ein Spiel von Frauen. Sunka wurde erstmals 1894 von dem Ethnologen Stuart Skullin außerhalb Asiens beschrieben. Wettkämpfe gibt es auf den Philippinen in Taiwan, in den USA und Österreich. Das größte Turnier findet beim Kadajavan Sports Festival in Davao City statt. Im Jahr 2004 veranstaltete die Abteilung für Informatik des Imperial College of Science in London, England ein Sunka-Computerturnier. In Chicago, USA wird Sunka an der John W. Gavi Elementary School zur Förderung von Schülern eingesetzt, die an Dyskalkuli leiden. Das längliche Spielbrett an, meist kunstvoll aus Holz geschnitzt, besteht aus zwei Reihen mit jeweils sieben Spielmulden. Zusätzlich befindet sich an den beiden Enden je eine große Speichermulde für die gefangenen Steine. Jedem Spieler gehört der Speicher, der zu seiner Rechten liegt. In jeder Spielmulde liegen zu Beginn der Partie sieben Spielsteine, meist Kaure Schnecken. Es gewinnt, wer die meisten Steine fängt. Vergleich mit anderen Spielen. Sunka ähnelt stark anderen südasiatischen Manchala-Varianten wie Naranj, Dakon, Konkak und Schonka. Das Spiel unterscheidet sich von dem in den USA und Europa bekannten Kalaha vor allem dadurch, dass der Zug fortgesetzt wird. Wenn der letzte Stein in eine gefüllte Spielmulde fällt, geschieht das, wird der Inhalt dieser Mulde aufgenommen und weiter verteilt. Ein Zug endet erst, wenn der letzte Stein in eine leere Spielmulde gelegt wird. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass in Sunka der erste Zug simultan ausgeführt wird. Dies soll den Anzugsvorteil ausgleichen. Das Spiel unterscheidet sich von Konkak dadurch, dass gegen den Uhrzeigersinn gespielt wird. Kulturelle Bedeutung Sunka ist ein wichtiges Instrument der Identitätsstiftung, besonders für philippinische Migranten. Dies zeigt sich in Sunka-Turnieren, die weit entfernt von der philippinischen Heimat stattfinden, und bei der Repräsentation philippinischer Kultur durch Sunka-Demonstrationen auf interkulturellen Festen. Die identitätsbildende Funktion des Spiels wird auch in dem Kinderbuch Sunka and Smiling Irish Eyes Aber bei des Gofers What It Means To Be Half Irish and Half Filipino von Nathalie González Salloway thematisiert. Die Feministin, Dichterin und Kommunikationswissenschaftler in Elissen M. Dela CRUZ schrieb 1999 die Performance Sunka, welche die gesellschaftlichen und familiären Erwartungen in Bezug auf genderspezifischem Verhalten und Sexualität, Rasse und ethnischer Zugehörigkeit analysiert, indem sie mit einer Sunka-Partie verglichen werden. Dela CRUZ verarbeitete damit auch ihr eigenes lesbisches Coming-Out. Große Bekanntheit erreichte in den USA ihr Gedicht That A.G.E., das Teil der Performance war. Außerdem wird Sunka bis heute von Wahrsagern und Propheten, die auf den Philippinen Beilern oder Magu-Ula heißen, als divinatorisches Hilfsmittel verwendet. Ältere Menschen versuchen auf diese Weise herauszufinden, ob die Reise von Jugendlichen an einem bestimmten Tag günstig ist und Mädchen, ob sie und wenn ja, wann sie heiraten werden. Früher benutzte man das Sunka-Brett auch für mathematische Berechnungen, die von indischen Ethnomathematikern untersucht wurden. Obwohl die Regeln des Sunka sich kaum von Indes-Konkak unterscheiden, wird Sunka doch als typisch philippinisches Spiel empfunden. Philippinisches Rätselgedicht Übersetzung Übersetzung